Sie hören Figuria Gefährliche Wege von Annika Kastner Gelesen von Diana Gantner 1 Vogelgezwitscher weckt mich. Ich öffne verschlafend die Augen, blinzle einige Male, um den Schlaf zu vertreiben. Die dicke, weiche Decke ist bis zu meiner Nase hochgezogen, lässt mich kurz schmunzeln. Ich wette, dass Crispin sie wieder unter der Matratze festgesteckt hat, damit ich sie nicht wegstrample. Nachts quälen mich immer Albträume, in denen ich in Astas Haus im Gewölbe gefangen bin. Erinnerungen, Gedankenfetzen vermischen sich mit wahnwitzigen Träumen und lassen mich schweißgebadet aufwachen, sobald Crispin beruhigend auf mich einredet. Er drängt mich nie, über das Erlebte zu sprechen, hört aber aufmerksam zu, wenn ich mich doch traue, mich diesen Erinnerungen zu stellen. Das, was mir widerfahren ist, sitzt mir tief in den Knochen. Und ich fürchte die Nächte mehr, als ich zugeben mag. Heute ist allerdings ein guter Morgen. Mein Schlaf war sehr erholsam, also liegt ein Lächeln auf meinen Lippen. Dem Himmel sei Dank häufen sich solche Nächte in letzter Zeit. Man sagt, Zeit heilt alle Wunden. Vielleicht stimmt es. Und auch über Erinnerungen bildet sich ein Narbengewebe. Das man zwar spürt, das aber nicht mehr so präsent ist wie am Anfang. Ich hoffe es jedenfalls. Ich habe etliche Jahre Zeit. Immerhin bin ich quasi unsterblich. Was ich immer noch kaum glauben kann. Das Bett neben mir ist verwaist, wie ich mit einem Blick zur Seite feststelle und schon erahnt habe. Ich bin nicht aufgewacht, als Crispin gegangen ist, weil er sich so lautlos wie ein Ninja bewegt. Womit ich ihn ständig aufziehe, auch wenn er nicht versteht, was genau ein Ninja ist. Ich weiß nämlich, dass er heute mit Noam zu einem der Grenzposten muss und dass sie in den Morgenstunden aufbrechen wollten. Gerne wäre ich mitgekommen, um weitere Ecken Figurias zu entdecken. Doch jetzt fällt mir siebenteils ein, wieso ich nicht mitgehen konnte. Keona, Crispins Mutter, wünscht mich heute zu empfangen. Allein der Gedanke an dieses Treffen lässt mich in Schweiß ausbrechen. Obendrein ist mir wirklich nicht wohl dabei. Auch wenn ich nun schon länger hier bin, so wirklich warm werde ich mit der Königin nicht. Aber verdammt, da muss ich durch. Ich will die Frau an Crispins Seite sein. Dann werde ich wohl oder übel solche Treffen in Kauf nehmen müssen. Es wird wahrscheinlich nicht die letzte Begegnung sein. Wenn ich ein normales Leben anvisiere, muss ich lernen, ihr gegenüber zu treten und mich auch zu behaupten. Dabei ist sie nicht mal so schlimm wie der König. Dieser ignoriert mich in jeder Hinsicht, verhält sich, als sei ich Luft, was mir nur recht ist. Beschweren tue ich mich deswegen gewiss nicht. Ich weiß, dass er unsere Beziehung nicht belegt. Er hat es immerhin laut genug hinaus posaunt. Doch er hat keine Wahl, denn Crispin steht zu dem Wort, welches er mir gegeben hat. Die Kälte, die ich am Anfang zu spüren bekommen habe, strahlt er jetzt an jene aus, die gegen unsere Verbindung sind. Wie eine unnachgiebige Mauer steht er vor allen Zweiflern. Es kommt mir vor, als sei es die Ruhe vor dem Sturm, was Elon betrifft. Deshalb bin ich jederzeit auf der Hut. Ich vergesse nicht, wie meine Ankunft in Figoria verlaufen ist. Dass er mich eingesperrt, mir meine Freiheit geraubt und mich obendrein meinem Tod überlassen hat, als sei ich ein Niemand. Seine Worte, ich sei lediglich von Nutzen, solange ich ihm einen Vorteil verschaffe, habe ich mir gut gemerkt. Gleichwohl bedeutet dies mein Ableben, sobald ich dieser besagte Vorteil nicht mehr sein werde. Und das zu wissen, muss ich kein Genie sein. Den imaginären Sensenmann hat er präsent auf seiner Schulter sitzen. Der Einzige, der zwischen ihm und seiner Drohung steht, ist mein Gefährte, Crispin. Naja, Chian und Noam würden sich sicher auch für mich einsetzen. Dieses Wissen lässt mich besser schlafen. Crispin und sein Vater geraten immer wieder in Streit, wenn es um mich geht. Mein Gefährte ist nicht mehr der erfolgsame Sohn, der ausschließlich Befehle ausführt. Nein, seine Ambitionen haben sich verändert. Er hat sich verändert. Sein Vater und vor allem sein Volk merken dies deutlich. Er strahlt die Kraft eines Anführers aus, zu dem das Volk aufblickt. Egal, ob Elon es glaubt oder nicht, ich bin Crispins Seelengefährtin. Somit ist unser Bund heilig, wenn ich das richtig verstanden habe.